Es ist schon bereit, er drückt schon. Er drückt schon seine Skills durch. Was ist es? Ich bin ein Pettbewerb. Oh je, der Boss belastet, ja. Ah, super. Ich krieg erst mal die Stunt hier ewig, was ist denn das? Oh je, der Boss belastet, ja. 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 Oh je, der Boss belastet. Oh je, der Boss belastet, ja. Oh je, du bist das imстру- Ball. mentsしたun. jetzt hat natürlich kein hv mehr kein todesritterbuch mehr und und wieder 3 gegen 1 und heul ich rum ne ich heul auch nicht rum drecksidioten alter und er heult rum 2 2 vs 1 alter drecksidioten alter da krieg ich ne macke bei sowas zeig euch eingeladen in der gruppe ihr seht alle schon ne geht nicht gar nicht ich hab pekanen ne 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 Scheiße Alter, jetzt kommt die Gang, Alter, shit, Alter. Das ist zu viel. Da muss ich einen Flüchtling machen. Oh. Oh. Fette PVP Action. Fette PK Action Toro. Hallo. Also eigentlich. Bis zum nächsten Mal. Alter, was? Was? Was ist das? Alter, was? Was ist das? Alter, was? Wie hart ist das? Ich muss meinen Bogen plussen, äh die Armbrust muss ich plussen. Jetzt kann ich mich strücken. Oh, ich mach da ohne, alter. Alter, was hält denn der Okku aus? Alter, was ist denn das? Üh, halt, Alter. Alter, hat ja, was? Alter, hat ja, was? Jetzt kriegt er's. Ja, gut. Fick dich, Oli, was ist denn los? Er erzählt mir was von Blond, Junge. Mach lieber mit so ne Action hier. Du hältst dich ja immer raus aus sowas. Mach lieber mit. Habe ich überhaupt noch viel, Junge? Nicht, dass ich gleich alleine dastehe. Nee, hab ich noch. Ich hab keinen Fluch. Warum hab ich... Ich hab nirgendwo Fluch. Das ist einfach hier Lunachip. Wo siehst du den Fluch? Ich kann dich nicht einladen. Ich kann keine Gruppe machen, wenn ich PK anhabe. Geht nicht. Muss einer von euch ausmachen und mich einladen. So, reicht? Haben sie keinen Bock mehr? Oder was? Was ist denn das? Aber wir hatten ja auch so viele ausgehalten. Was ist denn da los, Alter? Was ist denn da passiert? Nein! Doch, jetzt warum die... vorhin nicht vorhin konnte ich ihn erinnern da hat er mir gesagt wegen pk das kann ich ihn erinnern kannst du kannst nicht tauschen sagt dann hier hat es du kannst nicht tauschen oder gruppe einladen wenn du pk modus hast geht nicht aber warum ist ein exo warum konnten exo set ist total verpackt die scheiße ach doofo muss auch anhaben ja werden die jetzt kein bock mehr haben war die wälder ja die haben jetzt mitgekriegt doofo kommt und die heulen rum 2 vs 1 und auf was sind sie mich gerade jang 3 vs 1 4 vs 1 solche penner oder ist unglaublich ist unglaublich irgendwie sowas 2 vs 1 und ich mache nicht mal schaden das ist ja ja das ist ja 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 die werden jetzt wahrscheinlich keinen bock mehr haben lennart ist nicht da also bleibt nur die flucht ich meine mal ich mit meinem low damage habe ja auch den ihnen oder anderen schon dauernd gehauen naja so ist nicht auf dem okku hätte ich das nie geschafft aber warum hat denn der okku gerade der hat ja übelst voller ausgehalten war das ist ja übel ich meine mal devildome 6 wenn du da mit ne gruppe mitgehst brauchst du ja nicht unbedingt 25 agiert das einzige was du brauchst ist natürlich die stiefel rüsi ist jetzt wegen dev mäßig ist das jetzt nicht zwingend notwendig und ich meine mal die schaden zum weiterleitung die macht ja wohl marianisch aus oder das ist ja wohl der letzte platz die schaden weiterleitung nur zwölf fehlen habe ich noch Reicht nur. Ich hab ja zum Glück im Laa reik ja nur drei. So facet euere Buff wollen nicht, alter. Ne, das war nicht gut. Ja, haben sie keinen Bock mehr so mit Aussicht. Ich hab ja zum Glück im Laa reik. Ich hab ja zum Glück im Laa reik. Ich hab ja zum Glück im Laa reik.